Das heißt, ich laufe jetzt ein bisschen rückwärts, dann kann es sein, dass wir noch ein bisschen vorwärts gezogen sind, dann klären wir uns. Du bist so weit? Wir probieren es mal auf. Komm mit, komm mit. Gehen und laufen. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. Leider laufen! Willst du laufen? War es genau das falsch gemacht? Hast du gemerkt? Ich glaube, dass wir da sind. So, jetzt kannst du es jetzt wieder laufen. Dann, 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 dann. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Ah, jetzt kommt der Schwarzwald. Segelflugplatz. Staubecken. Unter uns schalten Segler abzusaufen. Und das Wasserwassern für das Wasserkraftwerk Bad Säckinge. Wir nähern uns langsam der Wolkengrenze. Jungs, und es ist gut, dass wir die dicken Jacken anhaben. Wollte ich euch nur sagen. Ich zeige euch jetzt mal die Wolkenbasis. Ringsrum Wolken, wir unter einer. Ihr seht nur ein Kreis. Jungs, hier sind wir unter den Wolken. Ja, ich denke also, das sind also hervorragende Aufnahmen. Ich gehe mal zur nächsten Seite. Fass langsam. Fass langsam ruhig lang. Dann stehst du zur Seite. Dann machst du dich wieder gerade. Und dann, ja, laufen rein. Dann läuft sich mit der Luft. Dann geht das selbe Spiel. Das ist ja genau. Genau so. Genau so. Es läuft. Es läuft, ja. Das ist also fantastisch. Also wir sind wieder sicher gelandet. Dem Peter hat es die Hosen ausgezogen. Ich habe meine noch an. Ansonsten war es also absolut spitzenmäßig. Wenn ihr mal fliegen wollt, ihr könnt euch dem Peter anvertrauen. Fliegen, grüßt mir die Sonnen, grüßt mir die Sterne und grüßt mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben, durch die Ferne ist mein Augenblick.